Musik Ich melde mich heute von der Fotoreise Madeira und neben mir sitzt die Christa, mit der ich jetzt schon das fünfte Mal die Fotoreise Madeira durchführe. Wir sitzen heute im Jänner hier draußen, 17 Uhr, es ist noch immer warm, schön und wir sind den ganzen Tag, fast den ganzen Tag, im T-Shirt unterwegs. Das Besondere an Madeira sind die vielen Fotomotive, die sich hier anbieten, sei es Makrofotografie oder Orchideen, Landschaft, kleine verträumte Fischerorte und das decken wir in dieser Fotowoche ab. Ich glaube das Besondere an unseren Fotoreisen sind ja auch diese sehr guten Landeskenntnisse. Ich bin ja zum neunten Mal in Madeira, aber die Christa und der Gerald, ihr seid ja schon seit 15 Jahren hier. Es sind sogar noch ein paar mehr Jahre, seit 20 Jahren und da lernt man die Insel wirklich gut kennen, die Freundlichkeit der Einheimischen und die Vielfalt der Flora, die umwerfend ist, ob sie jetzt für Pflanzen, Freunde ist oder auch für Fotofreunde. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.